In einer Welt, in der die Grenzen zwischen digitaler und realer Welt oft verschwimmen, ist es für uns Nerds besonders wichtig, ein Gleichgewicht zu finden. Dieses Video ist nicht als ein Fitnessleitfaden zu verstehen, sondern eher als eine Einladung, etwas mehr auf die eigene Gesundheit zu achten, ohne dabei die Leidenschaft für Technologie, Spiele und Popkultur zu vernachlässigen. Das Warum verstehen Wir beginnen mit dem Warum. Warum ist Bewegung wichtig? Neben offensichtlichen körperlichen Vorteilen wie verbesserter Herzgesundheit und Gewichtsmanagement hat regelmäßige Bewegung auch direkte Auswirkungen auf dein Gehirn. Sie steigert die Durchblutung und Sauerstoffversorgung, was zu verbesserter Konzentration, Kreativität und sogar zu einer höheren Toleranz gegenüber langen Gaming-Sessions führen kann. Ein Gewinn für beide Seiten sozusagen. Kleine Schritte, große Veränderungen Es ist überhaupt nicht nötig, sofort mit einem intensiven Workoutplan zu beginnen. Der Schlüssel liegt in kleinen, aber stetigen Schritten. Mache Bewegung zu einem unverzichtbaren Teil deines Tages. Beginne mit kleinen täglichen Ritualen wie Dehnübungen am Morgen oder einem kurzen Spaziergang nach dem Abendessen. Diese kleinen Aktivitäten helfen dir, Fitness zu einer Selbstverständlichkeit zu machen, ähnlich wie das tägliche Zähneputzen und so bilden sie die Grundlage für eine nachhaltige Routine. Spiele als Motivation Verwandle deine Fitnessreise in ein Spiel. Setze dir wöchentliche Herausforderungen, ähnlich wie Quests in einem Rollenspiel. Belohne dich mit Spielzeit oder neuen Games für erreichte Fitnessziele. Du könntest auch Fitness-Apps nutzen, die Gamification-Elemente enthalten, um dein Training unterhaltsamer zu gestalten. Ob es nun der Spaziergang durch Mittelerde oder eines der vielen anderen Angebote ist, die es mittlerweile gibt. Die Wahl liegt ganz bei dir. Teste das, was dir gefällt. Die richtige Umgebung schaffen Deine Umgebung spielt eine entscheidende Rolle. Wenn möglich, richte einen speziellen Bereich für deine Workouts ein. Dieser sollte inspirierend sein. Dekoriere ihn mit Postern deiner Lieblingsfilme, Serien oder Games. Eine einladende Umgebung fördert die Motivation und hilft, eine positive Assoziation mit dem Training zu schaffen. Technologie zu deinem Vorteil nutzen In einer Welt, in der Technologie allgegenwärtig ist, nutze sie zu deinem Vorteil. Fitness-Tracker, Smartwatches und Apps können dir dabei helfen, deine Aktivitäten zu verfolgen und Ziele zu setzen. VR-Fitness-Spiele bieten eine immersive Erfahrung, die Spaß und Bewegung verbindet. Du wärst erstaunt, wie schnell man bei einem VR-Spiel ins Schwitzen kommen kann. Eine Community finden Du bist nicht allein in deinem Streben nach Fitness. Online-Communities und Foren können eine Quelle der Inspiration und Unterstützung sein. Teile deine Erfolge und Herausforderungen. Du könntest sogar lokale Meetups oder Fitnessgruppen finden, die speziell auf die Interessen von Nerds zugeschnitten sind. Und vergiss niemals, du bist nicht die einzige Person, die sich gerade erst am Beginn ihrer Reise befindet. Jeder Schritt, egal wie klein, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Feiere deine Fortschritte, egal ob es 100 zusätzliche Schritte pro Tag oder das Heben von etwas schwereren Gewichten ist. Denke daran, dass jeder Fortschritt, egal wie gering, ein Sieg ist und anerkannt werden sollte. Suche nach Vorbildern in der Nerd-Gemeinschaft, die einen aktiven Lebensstil führen. Das können Streamer, YouTuber oder sogar Figuren aus deinen Lieblingsspielen und Serien sein. Ihre Geschichten können als Inspirationsquelle dienen und zeigen, dass ein Gleichgewicht zwischen Nerd-Kultur und Fitness möglich ist. Pausen und Ernährung Nutze deine Pausen während des Gamings oder Streamings, um deinen Körper zu bewegen. Ein paar Minuten Stretching, Liegestütze oder Yoga können dabei helfen, die Muskeln zu lockern und die Durchblutung zu verbessern. Diese kleinen Aktivitäten können einen großen Unterschied in deinem Energielevel und Wohlbefinden machen. Betrachte Ernährung als einen weiteren Aspekt deiner Reise zu besserer Gesundheit. Experimentiere mit gesunden Rezepten, die thematisch zu deinen Lieblingsspielen passen oder richte Snackpausen ein, die gesunde Alternativen zu typischen Gaming-Snacks bieten. Ernährung kann genauso kreativ und unterhaltsam sein wie jedes Spiel, auch wenn es oftmals lästig erscheinen kann. Die Bedeutung des mentalen Wohlbefindens Fitness ist nicht nur eine Frage der körperlichen Gesundheit, sondern auch des mentalen Wohlbefindens. Regelmäßige Bewegung kann dazu beitragen, Stress und Angst zu reduzieren und die allgemeine Stimmung zu verbessern. Nutze Bewegung als eine Form der Selbstfürsorge, um deinen Geist zu beruhigen und zu zentrieren. Überwinden von Hindernissen Herausforderungen sind Teil jeder Reise. Wenn du auf ein Hindernis stößt, sei es ein Mangel an Motivation oder ein Zeitproblem, suche nach kreativen Lösungen. Vielleicht ist es ein Wechsel der Tageszeit für dein Workout oder das Ausprobieren einer neuen Sportart. Erinnere dich daran, dass jeder Rückschlag eine Gelegenheit zum Lernen und Wachsen ist. Belohnungen und Incentives Belohne dich selber für erreichte Ziele. Das könnte ein neues Gadget, ein Spiel oder einfach ein entspannender Abend sein. Diese Belohnungen dienen nicht nur als Anreiz, sondern auch als Anerkennung deiner harten Arbeit und deines Engagements. Betrachte Fitness als eine langfristige Reise, nicht als ein kurzfristiges Ziel. Es geht darum, lebenslange Gewohnheiten zu entwickeln, die zu einem gesünderen und zufriedeneren Leben führen. Sei geduldig mit dir selbst und erkenne an, dass echter Fortschritt Zeit braucht. Den Spaß nicht vergessen. Vergiss nicht, dass Fitness Spaß machen sollte. Experimentiere mit verschiedenen Aktivitäten, um herauszufinden, was dir am meisten Freude bereitet. Ob es das Tanzen, Klettern, Schwimmen oder eine Gruppensportart ist. Finde, was dich inspiriert und motiviert. Deine Reise zur Fitness als Nerd ist eine spannende und bereichernde Erfahrung. Sie ist eine Gelegenheit, neue Aspekte deiner Persönlichkeit zu entdecken und zu entwickeln. Mit jedem Schritt, den du machst, wächst du nicht nur körperlich, sondern auch geistig und emotional. Erinnere dich daran, dass Fitness eine Reise ist, die du in deinem eigenen Tempo und auf deine eigene Weise gestalten kannst. Sie ist ein integraler Bestandteil deiner Reise, der dir hilft, ein volleres, gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Falls euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr Inhalte wie diesen sehen möchtet, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keines unserer zukünftigen Videos zu verpassen. Stay nerdy und bis zum nächsten Mal.